hallo liebe zuschauer herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich hatte längere zeit jetzt kein internet mehr oder einfach noch zu schwaches internet wenn anbieter wechsel aber jetzt geht es eigentlich wieder und ja machen wir weiter videos leider haben momentan nicht so viel zeit deshalb muss ich jetzt mal noch etwas alleine machen hoffentlich kommt dann bald dazu und schauen wir mal ich habe gedacht dass wir ein bisschen mehr mit action machen könnten und ja da müssen wir alleine wahrscheinlich etwas mit den gangs machen noch aber ich habe eigentlich noch gute ideen wenn dann ein paar weitere kommen man kann ja nicht so gut mit random spielen spielen oder also wer lust hat der gerne ein bisschen mithelfen mit einer schwachen waffe gegen spiele gang also challenges wären eigentlich cool so aber leider haben die boole natürlich schon etwas dagegen ja die interesse ist bei mir ist gut da ich habe eine motivation da richtig viele videos zu bringen geht ja nur eben es ist extrem abhängig ja was wir denn tun können je mehr mitspieler wir haben desto mehr können wir tun wir können nach hinten schauen und es gibt noch so einige sachen die ich auch gerne zeigen möchte aber ja die muss ich random zeigen also kann ich da alles auf einmal zeigen also ab und zu bringe ich dann immer wieder neue sachen die interessant sind oder so und ähm ja dass ich dann auch ab und zu etwas zu tun habe natürlich wenn man nicht so viel los ist also es hat immer wenig los bei youtube halt auch schon nicht mehr so interessant ist für viele so jetzt gleich wieder ein bisschen krieg machen genau und hier ist nur mit der pistole oder irgendwas mit ja schalldämpfer ja schalldämpfer aber ich habe keine pistole mit schalldämpfer noch ja das ist ein bisschen zu stark ja da müssen wir halt ein bisschen zu stärker sein aber nicht so oft schießen ja hat zwei umgelassen aber ich holte die Flasche genau das ist doch toll komm komm ja da kommt jemand schon tot ist doch ein bisschen besser als ich gedacht habe ja da kommt jemand schon tot ist doch ein bisschen besser als ich gedacht habe verstand jetzt das nicht was er gesagt hat OCD OJ was ist das? hm wahrscheinlich eine abkürzung also einen Satz ein paar Buchstaben so 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 Ich habe die hier rausgeschlägt Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht lange überleben, wenn jetzt die Bullen auch kommen. Deshalb hauen wir wieder ab. Schnell weg. Boah, gut. Bullen haben wir uns nicht gesehen jetzt. Wir haben selbst den Augen verloren. Ja, jetzt habe ich gar noch nicht so viel erzählt. Also, ich hatte eben kein Internet, ich hatte zu schwaches Internet und die anderen zwei Mitspieler haben eigentlich die ganze Zeit herumgelegt und konnten eigentlich kaum spielen zusammen. Und dann war eine Woche mindestens Internet weg bei mir und ich habe einfach SQL 2 und Diablo 2 gespielt und Games, die ich vom Genre mag, aber auch nicht mehr so neu sind. Und jetzt schaue ich, dass ich noch ein bisschen Geld ausgeben kann für Games, damit ich etwas Neues bringen kann. Ja, ich kann euch ja mal kurz etwas zeigen. Das ist genau hier. Wir brauchen aber ein Auto, das relativ schmal ist. Also ich kann mal flachen. So. Also auf jeden Fall habe ich vor, mehr Videos zu bringen, damit auch ein bisschen mehr gefunden wird. Dass ich gefunden werde durch meine Videos. Damit ich wieder ein bisschen neuer Ding habe. Ich hoffe es geht. Ja. Aber leider kommt man nicht durch mit dem Alter. Aber Roxa hat hier einfach mal die Wand nicht festgemacht. Man kann einfach durchfahren. Kann ich nochmal hoch? Bitte. Komm nochmal hoch. Bitte. Ich will raus. Ich will raus. Die Wand hat mich verschluckt. Wenn wir ein tieferes Auto hätten. Okay. Dann kann man auch sterben. Pfff. 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 Na gut. Ah. Manche Glitches sind aber tödlich. Wir werden tiefen. Ja, der war tief gewesen. Der da. Bitte, bitte. Mwah. Ich will durchfallen. Ja. Man stirbt. Leider. Egal wie. Schade. Ja, ich glaub mit Singleplayer stirbt man nicht. So. Ich hab's einfach bei einem YouTuber gesehen. Weil ich noch ein bisschen auf der Suche bin nach neun, aber tschu. Wird halt auch nicht mehr so gemacht. Ja, es gibt halt eben kein neueres GTA oder ähnliches Spiel, das ich gerne bringen könnte. Das habe ich hier alles schon ein bisschen aufgebraucht, aber gut. Eine andere Chance hat bitte. Vielleicht eben auch wieder mehr Minecraft bringen. Oder, ähm. Ja. Oder einfach weiter vorwärts im Leben kommen. Ich sollte immer noch einen Club suchen. Deshalb zieh ich auch ein bisschen weiter weg. Also in die Stadt rein. Von hier. So. Ähm. Wir können auch kurz Glücksrad schauen, ob es geht schon. Aber ich glaube eher nicht. Ich hab gestern noch viel zu spät machen können. Ja. Ich denke in den nächsten Videos werden wir dann mehr machen. Also jetzt noch in diesem Video. Ich sag auch, wenn wir so ein bisschen das reinkommen. Das Ideen finden und so weiter. Und ich hab halt einfach null Unterstützung noch. Oder wieder. Ich hab da mal ein bisschen bessere Unterstützung. Das muss halt auch zuerst kommen. Also irgendwie musst du halt auch mich wieder nach vorne bringen bei YouTube. Wenn du Pause machen musstest. Das kommt halt auch nicht so. Ja. Gut. Dann mal schauen, dass wir doch eine neue Idee bekommen. Ich hab jetzt dreimal hintereinander eine RP bekommen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Oh nein. Jetzt hab ich zwei Karten für. Okay. Oh. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen, ein oder zwei Tage, bis das neue da ist. immer wenn ich das auto bekomme ist es ein scheissart vielleicht ein bisschen motivation zu wirklich videos bringen und dann kommen hoffentlich auch wieder mehr leute ich bin motiviert wird schon vorwärts gehen aber wenn man nicht so die sicht hat wenn es einfach nicht so zeigt dass man vorwärts kommt ist man natürlich nicht so motiviert na gut ich dachte schon noch da bin können hier rausholen das zu tun und ja die nächsten videos werden dann auch länger aber ich merke gerade kann echt wenig machen schon toll wenn jemand mitspielen wird einfach ein bisschen dabei sein würde das auto haben wir auch mal das habe ich ja selber gezogen wird die aufnahme nicht also zu lange war und ich nicht so schneiden konnte ach komm das ist ein bisschen grösser an damit ich auch schauen kann so ja muss man auch gleich raus nehmen die tag geht wieder runter das ist klar ob sie immer noch sehr gut und die neuen autos möchte ich leider nicht kaufen ich habe noch zu wenig geld einkommen würde dann alle natürlich auch gerne vorstellen tun sachen anschauen aber es bringt es eigentlich noch nicht so viel weil die momentanen autos echt schlecht zu tun sind gehen wir mal mit dem auto ich weiß was ich noch machen könnte da ich einfach mal ein bisschen ballen mit dem auto und schauen wie die bullen so kann ich jetzt nicht mehr ballen welchen knopf ok was könnte ich eigentlich immer ballen mit dem auto wahrscheinlich muss ich das noch kurz in die werkstatt bringen und dann kann man wieder ballen oder so dass ich einfach keine munition habe ja ich muss die basis mal kaufen ja ok verstanden ja 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 also ähm dann können wir ein ja machen wir dann im nächsten video halt weiter die steuerung ist echt nicht so gut in diesem auto voll konzentriert überhaupt auf der straße zu bleiben mit einer hektische bewegung und man rutschen sofort kam um die kurve und ja es ist schwerfähig aber das ist schon gut zwischendurch ist es schon gut wie ich dann hier gelandet was könnten wir noch machen ja ich denke ich muss jetzt zuerst auch wieder ein bisschen Ideen finden weil ich habe ja jetzt alles eigentlich gezeigt was ich zeigen würde also dass wir eigentlich ein Rollenspiel machen könnten um ein bisschen Motivation zu haben das Spiel zu spielen und so weiter ein bisschen Gangkriege machen also dass wir zwei Gangs gründen komplett neu und dann auch haben wo wir ähm etwas Motivation haben eine Konkurrenz haben zu zum Beispiel wie kommt fast nicht vorwärts der geht fast rein ok Dankeschön fürs Schauen es sind Nice to meet you. Tschüss.